Herzlich Willkommen hier zum nächsten Video und heute sind wir mal bei Unifeeds unterwegs und ihr seht schon auch hier in Perfect War, also die kommen jetzt immer mehr, ist ja klar, viele Rathaus 14, da können jetzt schon Rathaus 13 angreifen und das ist natürlich komplett overpowered. Wir wollen uns hier aber erstmal auf zwei Fights konzentrieren und zwar einen Queenwalk Lavaloon Fight auf Rathaus 14 und einen Zab Witch Fight auf Rathaus 14, also Blitze mit Hexen und wollen mal gucken, ob das überhaupt noch geht, die ganzen Taktiken, die aus Rathaus 13 übernommen wurden und jetzt natürlich in Rathaus 14 getestet werden. Funktionieren die noch, funktionieren die nicht? Was muss man eventuell anders machen auf Rathaus 14 als auf Rathaus 13? Aber das Ganze wollen wir uns jetzt in zwei Fights hier mal anschauen bei Unifeeds. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Den ersten Fall, den wir uns anschauen wollen, das ist der hier von El Pascale auf die 1, die Sarah. Und ihr seht schon, die extra Mauern sind mit eingebracht. Die Multis stehen nicht alle drei, aber wenigstens zwei. Wir haben hier einen Rathaus 14 und wir haben hier den Queenwalk Lavaloon. Wie geht man vor? Geht man eventuell anders vor als vorher? Hier sind natürlich noch nicht die Alle-Verteidigung-Max, hier sind auch noch nicht die Bauhütten so weit, dass sie mit reparieren können. Aber erstmal schön zu sehen, dass die Queenwalk Lavaloon-Taktik natürlich noch verwendet wird. War ja klar, ist die stärkste Taktik in Clash of Clans und die muss ja noch funktionieren. Das wäre ja sonst eine Katastrophe, wenn die hier nicht funktioniert. Und ihr seht schon, er will hier rein Richtung Rathaus, will das Rathaus mit der Queen rausholen. Nicht mit dem Lavaloon-Part. Geht hier quasi auf Nummer sicher. Hätte hier den Frost vielleicht eine Sekunde erwerfen können für unsere Herzen, aber das hat hier alles noch funktioniert. Natürlich hier den Wut rein und dann geht es ab Richtung Rathaus. Jetzt muss er gucken, schützt er hier die Heiler, weil die Heiler sind mit dem Rathaus 14 richtig schnell raus. Das lohnt sich auf jeden Fall, die Heiler zu schützen. Sonst sind die, wie gesagt, zu schnell raus. Ihr seht schon, wie schnell die hier runtergefressen werden und das Rathaus ist erst auf Level 1. Also das haut richtig rein. Da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr die Heiler schützt. Jetzt kommt er von der rechten Seite hier mit seinen anderen Helden rein, will natürlich die Queen in der Mitte halten und deswegen setzt er den King außen mit dem Jagd. Der schafft ihm eventuell den Weg zur Mitte und natürlich mit dem Royal Champion. Der soll den Multi rausholen, dass die Heiler hinten raus geschützt werden und die Queen lange am Leben bleibt. Wunderbar. Das hat soweit funktioniert. Jetzt geht es außen rum. Die Base ist natürlich nicht jetzt so die Wucht. Aber es geht ja darum, wie geht man hier vor? Was hat sich eventuell geändert? Ihr habt es, wie gesagt, gesehen. Die Heiler haben gegen das Rathaus an sich null Chance. Da müsst ihr wirklich aufpassen und vorsichtig sein. Der Rest vom Lava Lumpart, der ist schon hier fast Geschichte. Der geht da so schnell durch, dass es das natürlich überhaupt kein Problem ist. Was hier immer noch gefährlich ist, sind die Superlarkis in der Clanburg. Ganz so ungefährlich, wie man sie vorher gemacht hat, sind sie nicht geworden. Das muss ich ehrlich sagen. Die hauen immer noch rein. Man muss immer noch aufpassen auf die Queen, dass die hier lebendig durchkommt. Was ich geil finde, ist definitiv die Eule. Das ist das geilste Haustier, muss ich sagen. Die beim Warden auf Luft ist einfach sensationell. Die geht da hinterher, greift die Gebäude eigenständig an. Meistens greift sie die Gebäude sogar besser an als der Warden. Das muss ich ehrlich sagen. Das macht richtig Spaß mit dem Teil. Also was haben wir gelernt? Queen Walk Lava Loon funktioniert natürlich noch und ihr müsst die Heiler gegen das Rathaus schützen. Die sind so schnell weggeputzelt und wenn die Rathäuser langsam auf 5 gehen, dann haben die Teile noch weniger Chance. Also passt auf eure Heiler auf. Ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass die Heiler leicht im Infernoturm vom Rathaus drin waren und so schnell weggeputzelt waren, wenn man ja nicht aufpasst. Also vorsichtig vor dem Rathaus. Das macht richtig Laune und ich bin gespannt, wenn die Rathäuser alle so Richtung Max gehen, was man hier noch für unterschiedliche Vorgehensweisen findet. Das war jetzt erstmal der Ausblick hier Lava Loon natürlich immer noch phänomenal. Und jetzt springen wir mal rüber zu dem Sepp Witsch Fight. Den Fight, den wir uns dazu anschauen wollen, ist der hier vom Butterkeks auf die 2. Und ihr seht schon, wir haben hier einen Max Scattershot, einen Max Adler und einen Rathaus für 10. Warum man hier die Single Infernus noch nutzt, das kann ich euch nicht sagen. Ist natürlich aber eine Einladung für die Hexen und das werden wir auch definitiv später noch sehen. Wenn die Multis Max sind, dass einige Spieler auf Single Infernus gehen. Warum, wieso, weswegen, das wissen nur sie wahrscheinlich. Aber ihr seht schon hinten raus, die Blitze genau so gesetzt, dass die Scattershot und die X-Bögen rausgenommen wird und natürlich der Beben. So, dass das Rathaus erstmal nicht aktiviert ist, weil wir wollen erstmal draußen ein bisschen aufräumen, bevor wir das Rathaus aktivieren. Ein Jump haben wir mit dabei, der wird beim Scattershot gespielt, um dort in die Base reinzukommen. Also das funktioniert auf jeden Fall hier noch richtig gut. Der Wardenburg natürlich immer noch eine super Vorgehensweise. Und ihr seht schon, hier geht man einen kleinen anderen Weg. Normalerweise reichen hier zwei oder drei Eisgolems. Aber bei Rathaus für 10, da nimmt man dann schon mal 5, um auf Nummer sicher zu gehen, dass genügend Hexen auch wirklich bis zum Schluss am Leben sind. Man nimmt die Ramme, um auf Nummer sicher zu gehen, dass man zum Rathaus kommt. Und wenn man beim Rathaus ist, dann natürlich aufpassen, rechtzeitig hier, aber nicht zu spät, nicht zu früh den Warden zünden. Wichtig ist, dass die Hexen aus dem Giftzauber rauskommen, weil der haut, wie gesagt, schon richtig gut rein und würde die Hexen dann einfach viel zu schnell rausgehen. Also mit Single Infernus sind die Hexen definitiv noch wunderbar einsetzbar. Haben hier kein Problem. Aber auch hier die Superlarkies drin und auch hier werden sie gefrostet, weil die einfach, wie gesagt, immer noch richtig reinhauen. Da muss man aufpassen, dass die nicht zu viele Truppen auf einmal wegnehmen. Deswegen Vorsicht gegen die Superlarkies. Ich habe jetzt immer noch ein Gift mit dabei, um die rauszunehmen. Die hauen, wie gesagt, einfach noch richtig rein. Macht richtig Spaß. Also so viel schlechter sind die nicht geworden, dass die nicht einen Queen Walk einfach mal ausschalten können. Deswegen darf vorsichtig sein. Ist auf jeden Fall mir in Legende schon ein, zwei Mal passiert, dass die Queen auch gegen die Superlarkies rausgenommen wird. Versucht gerade ein bisschen zu testen, was alles so geht und was nicht. Dafür ist die Legende da. Wichtig ist, dass man hier die Ressourcen bekommt, um immer die Gebäude auszubauen. Aber das ist ja eigentlich vom Prinzip her kein Problem. Ihr seht schon, die Base ist hier schon rausgenommen ohne Probleme. Wunderbar. Also es funktioniert noch. Hier waren natürlich drei Single-Infernus. Das sind für die Hexen ein Traum-Layout gewesen. Also das hat funktioniert. Hexen funktionieren definitiv auch noch gegen Rathaus 14. Wenn man weiß, was man macht und wenn man natürlich so ein schönes Geschenk bekommt von drei Single-Infernus, dann geht das. Aber wir hatten hier einen Max-Skattershot dabei, einen Max-Adler mit dabei. Das Rathaus aus Level 1 hat man hier rechtzeitig gefrostet, um dagegen vorzugehen, dass hier nicht so viele Hexen rausgenommen wird. Ganz wichtig. Und wichtig ist natürlich, den Worten nicht zu früh und nicht zu spät zu zünden. Wenn die Hexen angegriffen werden vom Rathaus, muss man ihn zünden. Aber dann muss man auch sehen, dass man die Hexen so schnell wie möglich vom Rathaus wegbekommt. Da sonst der Giftzauber die Hexe nach und nach rausnimmt. Also das soll es erstmal gewesen sein für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten.